Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde MyCraftVanilla Mitarbeiter Crazy Hallo So, wir enden mal kurz das Inventar und gehen dann mal Das bleibt hier Die letzten Tiere, und zwar kommen hier noch Schafe, äh Schafe, Schweine rein Die haben allerdings nur noch mit rote Beete angezogen werden Kommen wir noch gleich ein paar mehr Zwei Drei Ja, drei Schafe reicht schonmal, hier haben wir noch ein viertes Oh nein Ich glaube so eine Hühnerfarm, so Chicken an sich brauchen wir nicht wirklich, ne? Nee Allerhöchstens Pfeile, die fehlen aber da Da haben wir so ein zweimal Ja, wir haben bei denen alle in Infinity Bogen, von daher gibt es uns da nicht Joa Ähm Hast du eigentlich schonmal, also folgst du Minecraft auf Twitter? Minecraft verfolge ich auf Twitter, Jep verfolge ich und noch glaube ich nicht Hast du das von Jep letztens gesehen, was er in der Pocket Edition hinzugefügt hat? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher Eisbären Eisbären? Ja, Eisbären Loll Der Mindtest ist nur mal ein Testlauf Ich glaube da haben wir schon was für Dinge Die nächsten 1.10 Und es wurde auch 1.10 schon angekündigt Das hatte ich gesehen Das hatte ich gesehen Und zwar von Setscher Oder wie der auch heißt Felder nahm sich rein Ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass sie jetzt bei 1.10 auf 2.0 gehen Dachte ich eigentlich auch, aber die bleiben wohl bei 1.0 Ja, aber sonst wird er diese Meinung Äh, Minecraft 2, bah Was wollen die jetzt machen, Minecraft mit Kugeln oder was? Gab's doch schon oft genug hier Äh, das müsste durch sein Also so langsam müssten wir mal einen Zaubertisch aufbauen Ich hab 25 Level Wie machen wir das? Wir beide brauchen das Achievement Ich glaube, wenn man sich das gegenwärtig zuwirft, reicht das Den Verzauberstisch Nein Nein? Eigentlich noch bei Spark of Phoenix mal Schaut ihn gerade im Wiki Ja, dann wohnen wir eben 2, Ende Bauen, das regt mich auf Ich meine, wir müssen ja nur einen Rekursatz zu Achievement haben Später, wenn wir nur Kursen haben, können ein anderer das ja auch machen Mhm Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt von vorne rein alle Achievements durchrattern werden Das wird ja eh noch dauern War eigentlich mein Plan, alle Achievements gleich mitzumachen Okay, ich mach dann jetzt Oh, sieh Hier, dann Wassereimer Wir haben verdammt wenig Koppel mitgebracht, ne? Wie viel? Was, was, was? Koppel haben wir verdammt wenig mitgebracht Äh, ja Ich bin ja gerade noch raus, weil alles bei mir wird vermutlich noch ein bisschen mehr Weil ja gerade die Fahre Jo Ich find's aber gut, dass die Schaufel auch an Haltbarkeit verliert Für die Wege Ja Besser Schwachsinn Ja Kannst du mir vielleicht einen, äh, Eisenspitzhacker runterbringen? Ähm, Christian Ich sprech die Folge gerade mal ab So, da bin ich wieder Ich musste da mal ganz kurz was erledigen Das war wichtig Christian ist jetzt leider schon auf Aber die letzte Folge manchmal gerade alleine Äh, rote Beete kann hier rüber Gut, dann holen wir uns hier noch ein bisschen Erde Dann machen wir noch ein paar Felder fertig So, hier drüben noch ein bisschen zu bauen So Vielleicht noch ein bisschen aus der Äh, so ein bisschen aus der Jungen alleine zu kommentieren irgendwie Letzte Aufnahmen war ja schon Mit dem lieben Crazy zusammen Boah, die Musik kommt mir gerade ein bisschen laut vor Mal ein bisschen leiser gemacht So So Ich bin wirklich Ich werde auf jeden Fall Jetzt erstmal zwei Felder machen Einmal Für rote Beete Und für Äh Weed Für Weizen Gut das Weizen Gut das Gorn Teiches Ich spreche nicht weiter Ist glaube ich besser Melonen kann ich eigentlich auch eine Reihe anpflanzen Hier den Hausbau wollte ich lieber mit Christian zusammen machen Einfach ähm Wir sollen uns ja beide so wohlfühlen Sag ich jetzt mal So und ich find's dann scheiße wenn's dann nach einem Gebraut ist und der andere Ist nicht dem sein Baustil Also wisst ihr was ich meine Aber ich jetzt mal eh dass der Raum den wir da jetzt haben Das ist eher so ein Sammelschnell Na ich weiß noch nicht genau wie ich das ausdrücken soll Dass er so eine Art Treppenraum wird Oder er sagt Kontaktraum zu mehreren Gefilden Ich erlebe die Klappe bevor ich noch mehr Schwachsinn da war Also irgendwie ist gerade bei mir der Stoff ein bisschen raus Also ich bin jetzt auch immer noch gerade am vorproduzieren für meinen Urlaub auf Teneriffa Also das ist dann schon Also mir ist Ja man merkt schon ist es eine längere Aufnahme hinterher Mir kommen schon Ich hab so ein paar Watch-Findungsstörungen Ich freu mich aber richtig wieder auf Teneriffa Endlich in meine alte Heimat zurück Eigentlich von euch irgendjemand schon mal auf Teneriffa Schreibt mir das in die Kommentare Das würde mich interessieren Und wenn er da war schreibt nochmal bitte hin wo ihr wart Ich kann nochmal sagen wo ich war Ich war im Puerto de la Cruz Also so im Norden war ich Bin ich jetzt auch wieder Aber ich schätze auch mal dass ich ein Video machen werde So vom Hotel und so weiter Muss ich halt nur schauen dass ich Wird wahrscheinlich mit schlechter Qualität sein Weil ich das über meine Handykamera machen muss Ich hab keine andere Okay Machen wir nochmal hier dran 1,2,3,4,5 2,3,4,5 Hier kommt Ein Erdblock rein Was? Das hört sich ja geil an 1,2,3,4,5 1,2,3 Moment Ich wo ist meine Ja ich wo ist meine Feldhacke Genau das wollte ich sagen Feldhacke Warte Habe ich mal ein bisschen Steinhacke Das und das kann hier rein Haben wir hier noch Seeds drin Nur rote Bete und auch weiße sehr schön Juppie, ja wir haben jetzt auch schon so ein bisschen unsere Ziele genannt, die wir in diesem Projekt haben. Wie findet ihr das? Also wie gesagt, alle möglichen Farmen, jede mögliche Beacon Art, wobei ich wirklich schon meine Probleme sehe beim Smaragd Beacon, beziehungsweise Smaragd Leuchtfeuer. Wir wollen ja hier ein ordentliches Deutsch in unserem deutschsprachigen Let's Play verwenden. Und ich kann mir grad schon wieder selbst in die Fresse schlagen, einfach weil ich wieder so ein Schwachsinn laber. Aber ich kann auch mir selbst am Reden zuhören, das stört gerade eher. Was mir da noch irgendwie so fehlt, ist irgendwie so eine Taste, wo man das irgendwie toggeln kann, sag ich mal. Dass man das dann macht, wann haben möchte und wann nicht. Weizenkörner und das Weizen frisch geerntet von den deutschen Feldern. Ja, wir sind hier gerade in Deutschland, Deutschland komplett neu. Wen würdet ihr denn gerne so alles hier in diesem Projekt mal so gesiegt haben? Würde mich mal interessieren. Einfach, damit ich auch so was habe, an dem ich mich dann mal wenden kann. Also es gibt auf jeden Fall, so von unserer Kleidest-Player-Truppe hier wird auf jeden Fall Streetcom, Tagoon. Die werde ich auf jeden Fall dazu überreden. Trivodo, wenn das zeitig klappt. Ja, ein Kladdo werde ich auch bestimmt mal dazu kriegen. Äh, den haben wir noch. Ähm, ja, ich werde bestimmt noch welche aus vergangenen kleinen Mini-Projekten dazu kriegen. Oh, da ist die Steinnacke kaputt. Ich habe da noch so ein paar Kontakte über Facebook, die mal so ein bisschen interessiert sind. Komm, machen wir direkt eine Eisen. Also Eisenmäßig sollte man gut versorgt sein. Ja, da noch schätze ich mal so zwei, drei Kumpels mit denen ich mal so ein paar Livestreams zu tun hatte. Also nur zur Info, das ist jetzt hier gerade mal nur thioprophylaktisch aufgebaut, ne? Da ist neues Weizen fertig. Die können wir mal mitnehmen. Melzis. Boah, ich bin mir momentan noch überlegen. Äh, ein Kumpel von mir ist jetzt momentan auf dem Trip. Der ist momentan ziemlich viel dabei Shisha, also Wasserpfeife im deutschen Jargon zu rauchen. Und ich bin momentan noch überlegen, ob ich mir vielleicht auch mal eine zulegen soll. Weil manche tun nicht gut, also dieser Tabak da. Und es ist ja auch, ich sag mal, geschmacksfreundlicher zur Lunge. Aber bevor ich mich da wirklich komplett, ähm, jetzt eine kaufe, informiere ich mich auf jeden Fall nochmal zu 100%. Äh, so, wo haben wir? So, hier und die Melonen machen wir auch einmal dazu. So. Hat jeder so ein paar Erfahrungsberichte? Das würde mich mal interessieren. So, wir spinnen jetzt bei 8 Minuten. Ha, einer übrig. Supi. Sehr schön. Komm, dann kann ich jetzt nochmal hier... Ich mach mal einen halben Steck davon. Äh, Sand hab ich auch was. Ich pflanze mal wieder ein paar Kakteen an. Ach komm. Einfach für die Achievements, damit ich vor Christian bin. Backe rot. Ich fands immer komisch, dass es keine Schiefen gibt für, ähm, Melonensamen dafür, dass sie so selten sind. Hätte man irgendwie machen können. So. Ach. Knochen haben wir noch. Rote Beete auch zu. Ach, roter Beete kriegen wir einen roten Farbstoff. Okay. So. Blub. Jetzt wird mir empfiehlt hier so die Yeastkanne. Okay. So. Blub. Blub. Irgendwie fehlt mir wieder richtig. Okay. Hier mach ich dann nochmal eins. Zwei. Drei. Und vier. Dann haben wir hier ein paar Kapteinen. Sehr schön. Die kann man bestimmt brauchen. Na, wie hat er das? So. Dann haben wir hier ein paar Kapteinen. Können wir hier auch schon mal ein bisschen anfangen. Und zwar hatte ich mir hier überlegt. So. Ich weiß ja, dass man so ein bisschen mit abwechslungsreichen Aspekten arbeitet. Ne? Kennste abwechslungsreiche Aspekte? Wobei ich hier schon eigentlich, oder? Oh, es wird jetzt mal Nacht. Also hier so den Hauptraum baue ich jetzt erstmal so was. Ordentlich. Ordentlich was strecken. Ähm. Oakwood mäßig müsste ich nochmal was Neues holen. So. Oh, das war knapp. Oh. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, was wir machen können für ein Ziel. Ah ja, eins hier habe ich aber komplett vergessen zu sagen. Mal einen Unterwassertempel bauen. Äh, bauen da schon. Finden. Finden und erkunden. Weil das ist ja bisher noch so eins der schwierigsten Sachen. Finde ich zumindest. Weil die Wächter, die sind ja echt krass. Also da weiß ich auf jeden Fall mit irgendwie 4-5 Eimern Milch reingehen für die Wächter. Weil die Abhollähmung kann da tödlich sein. Und auf jeden Fall auch unsere Wasseratmungs-Tränke. Okay. Aber ja. Habt ihr eigentlich schon mal so ein Unterwassertempel außer im Creative so erfolgreich erkundet? Können wir ja auch mal so ein paar Tipps reinschreiben. Aber es wird auf jeden Fall auch mal so eine, scheiß ich mal so eine Ruhmeshalle geben für Leute, die hier zu Besuch waren. Und wie gesagt. Einen Raum müsste ich hier auf jeden Fall mal nachbauen. Dann bin ich mal gespannt, ob mir das gelingen wird. Ah, ich seh's. Da muss ich bisher erstmal so schauen, wie ich das mache. Komm. Das sind jetzt zweite Hand. Aber das, ganz ehrlich, das neue Kampfsystem bei Minecraft ist gewöhnungsbedürftig aber relativ cool. Hab grad schon gedacht, die ersten Melonen wären gewachsen. Ne. Das waren die Kakteen. So. Wo ich mich aber auch schon richtig darauf freue, ist hier das Ant. ganz schön. Also wirklich mal ordentlich etwas aufräumen. Hier eine Light War finden. Die Lütchen finde ich richtig cool. So. Also da muss man ganz ehrlich sagen. Mojang. Geile Idee. Irgendwie ist das. Muss ich wohl da noch eins runter holen. Also verstehst du ja jetzt hier ne. Einmal den Balken und ja. Ich spreche nicht weiter. Ist glaube ich besser. Aber glaube ich schön gemeint hier mit den fünf hoch. Aber meh. Ja so meh. Na. Obwohl ich mich aber auch jetzt schon richtig darauf freue. Jetzt hier auf Teneriffa. Mal wieder rauf auf dem Tail. Also wer es nicht weiß, Teneriffa ist ja eine Vulkaninsel und der Tail ist da der Berg, wie gesagt der Vulkaninsel. Auf dem Teneriffa ja offiziell liegt. Ja. Das sieht schon besser aus. Und ja. Da bin ich echt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das war so intelligent. So ein bisschen Dienstung kann man auch behalten. Ah halt. Da freue ich mich schon wieder richtig drauf auf jeden Fall den Tail zu sehen. der Teneriffa bei Nacht ist so super aus. Ich bin nicht ehrlich. Ich muss hier mal ganz kurz. Hallo. Darf ich mal. Nein. Danke. Das sollte dann auch geklappt haben. Sehr schön. Das hat es reingeklappt. So. Da wirst du genau. Da darf es schon wieder so sein. Also verstehst du? So nicht so. Also weißt du, wie ich das meine, ne? So halt. Also so. Ne? So aber nicht so, ne? Ja, so muss es auch noch sein. So muss es auch noch sein. So muss es auch noch sein. So. Ich glaube ich habe noch gar nicht so gesagt, oder? So. Drei Eichenholztüren. Machen wir hier nochmal eine Treasure Plate. Eine Holzdruckplatte. Okay. Nao Kumpels. Okay. Ich entleer nochmal ganz kurz mein Inventar ein bisschen. Und dann würde ich schon sagen. So. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht. Amerikokritik. Alles in die Kommentare. Und dann. Sehen wir uns. Nach meinem Urlaub. Erholt. Und erfrächt in einer neuen Aufnahme. Die werde ich mal sagen können. Wird zu 90% alleine stattfinden. Gut. Und dann würde ich sagen. Die müssen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.